Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Alex Wilmer, es freut mich, dass du wieder dabei bist und eingeschaltet hast. Ja, wie jeden Mittwoch mache ich ein Video zur Produktrecherche und heute wieder was Besonderes. Und zwar möchte ich dir als Wiederverkäufer bzw. Reseller zeigen, wo du an richtig coole Deals kommst und mit richtig coolen Preisreduzierungen und das Ganze sehr, sehr einfach auch als Preisalarm einstellen kannst. Bleib bis zum Schluss dran, es lohnt sich definitiv. So, dann lass uns mal anschauen, was ich euch zu zeigen habe. Vorab schon mal, wenn du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren solche Themen wie E-Commerce, verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, Selbstständigkeit, Motivation und viele, viele andere Dinge, dann abonnier doch gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Das, was ich euch zu zeigen habe, werden die meisten kennen, aber eine Funktion werden die meisten bestimmt auch nicht gesehen haben, die ich euch hier zeigen möchte. Und zwar geht es um Idealo, die Nummer 1 im Preisvergleich, wie ihr seht. Und wir gehen mal einfach mal rein und schauen uns hier das Ganze an. Wer Idealo nicht kennt, es ist ein Preisvergleich, wie der Name es schon sagt, für Shopping, für Flüge, Hotels und so weiter. Einer der größten in Deutschland und ich glaube auch europaweit. Also die sind auch europaweit aufgestellt, so dass man hier auf verschiedenen Plattformen Produkte suchen kann. Wie werden diese Produkte hier gelistet? Und zwar listen hier verschiedene Online-Shops, auch große Online-Shops wie Mediamarkt für Elektroprodukte, zum Beispiel Mediamarkt, Saturn und so weiter. Aber natürlich auch die Marktplätze sind hier vertreten wie Ebay und Amazon. Deshalb kann man hier auf jeden Fall schon mal ein Gefühl bekommen für einen Preis, wie der sich unterscheidet von Online-Shops zu Marktplätzen. Und ihr habt hier direkt schon mal verschiedene Kategorien, die ihr hier listen könnt. Aber natürlich auch hier, wo ihr richtig genau schauen könnt, wenn du schon in einer Nische unterwegs bist und als Wiederverkäufer tätig bist, dann wirst du hier definitiv fündig in deiner Kategorie. Und wir schauen uns mal eben Lautsprecher an. Einfach nur so zuvor für Zwecken möchte ich mal zeigen, was ich euch hier vielleicht Neues zeigen kann. Und zwar, als erstes haben wir hier die Möglichkeit, wenn wir mal ein Produkt aufrufen, haben wir hier verschiedene Farben, die uns direkt angezeigt werden. Wir haben hier den kleinsten Preis bis dem größten Preis. Und hier haben wir auch eine Preisentwicklung. In der Preisentwicklung, die ist super, da kann man direkt schon mal schauen, wie hat sich der Preis in der Vergangenheit entwickelt und kann direkt abwägen, okay, ist jetzt ein guter Preis oder nicht. Momentan gibt es dieses hier eine Farbe zumindest für 99 Euro schon ab 99. Und alles andere ist hier bei ungefähr 110, 115 Euro. Und schon mal vorab zu sagen ist, du kannst hier einen Preiswecker aktivieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wir schauen mal nochmal in der Historie nach, die Box, die war hier schon mal erhältlich für 88 und teilweise sogar noch drunter für 70 Euro. Wir gehen mal nur auf die schwarze, dann können wir das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Also hier für 88 Euro war die schon mal am 28. November letzten Jahres erhältlich. Vermutlich war es hier Black Friday. Da gibt es natürlich immer die geilsten Deals, deshalb sollte man da als Reseller auf jeden Fall dabei sein. Aber auch so zu jedem Festtag, wie zum Beispiel jetzt Ostern. Ostern wird definitiv auch eine Kampagne gestartet, wo sehr gute Preise zu ergattern sind. Deshalb kannst du hier den Preiswecker einstellen und dann sagst du mir, sobald der Preis unter 90 fällt oder 90 inklusive Versandkosten, dann möchte ich darüber informiert werden. Dann kannst du dich hier anmelden und wirst dann über deine E-Mail-Adresse benachrichtigt, sobald dieser Preis erreicht ist und dann kannst du direkt zuschlagen. So, das Ganze gibt es auch als App. So kannst du das als App noch besser nutzen und bekommst die Alarmfunktion beziehungsweise den Alarm direkt auf dein Handy, auf dein Smartphone. So, was haben wir hier? Wir haben den Preisvergleich zwischen verschiedenen Händlern, Shops, Online-Shops. Wir haben hier Mediamarkt, wir haben Expert und so weiter, also die Größten, die hier Elektrogeräte verkaufen. Aber auch Amazon ist hier vertreten und ich muss dazu sagen, sobald Mediamarkt zum Beispiel oder Saturn richtig coole Preise für irgendwelche Produkte raushauen, da zieht meistens Amazon mit, weil Amazon verkauft ja ihre Produkte selbst auch. Und wie wir sehen können hier, zum Beispiel haben wir jetzt eben, es hat hier bis zum 24. Februar 114 Euro gekostet. Wir schauen mal hier in der Historie, ja, auch hier war das so, bis zum 24. und dann, bups, ist es runtergefloppt. Also Amazon macht hier tatsächlich genau das Gleiche wie auch die Großen, weil die möchten natürlich hier Gewinne sich nicht entgehen lassen. Deshalb ziehen die auch immer mit. So, hier habt ihr auch übrigens eine Preiskalkulation bzw. eine Preisentwicklungshistorie. Wenn du das erklärt haben möchtest, dazu habe ich schon im letzten Video angesprochen, wie das Ganze funktioniert. Auch hier kannst du Preis überwachen und so weiter. Blende ich dir hier oben ein, kannst du dir gerne anschauen oder auch gerne unten in der Beschreibung nachschauen. So, aber darum soll es nicht gehen. Wir wollen ja anschauen, was ich hier was Besonderes zeigen möchte. Und zwar werden die meisten das nicht erkannt haben. Und zwar seht ihr hier Schnäppchen, die dich auch interessieren könnten. So, und wenn wir dann zu den Angeboten klicken, kommen hier die ganzen Schnäppchen eingeblendet in der Kategorie Lautsprecher. Das heißt, wenn du eine andere Kategorie hier ausgewählt hast, wird das natürlich spezifisch darauf dann angepasst. Und hier sind tatsächlich manchmal richtig coole Deals zu bekommen. Und ihr seht es hier zum Beispiel verschiedene Rabatte. Man darf sich natürlich nicht nur auf den Rabatt jetzt verlassen, wobei das im Bereich Lautsprecher recht wenig vielleicht auch ist, weil die Preise sind hier für 300 Euro und so weiter noch sehr happig. Deshalb muss man sich das Ganze mal genau anschauen. Aber hier zum Beispiel sehe ich jetzt 61% Reduzierung. Das heißt, das Ding hat mal 62 Euro gekostet und jetzt für 20 Euro bei Amazon erhältlich. Das ist natürlich sehr cool. Ich schaue mal genau. Also wir können hier in der Amazon Historie mal nachschauen. Ja, seit dem 27. Februar ist das Ding hier, beziehungsweise nein, Amazon verkauft es für 37,61 Euro und neu wird es halt von einem anderen Händler angeboten. Genau. Der Händler hier verkauft das Ganze. Wir gucken uns das Ganze noch ein bisschen näher an. Genau. Das ist der Händler dafür und der verkauft das Ding tatsächlich neu für 19,99 Euro. Natürlich würde ich jetzt hier nicht mitziehen, weil er verkauft das kontinuierlich so. Deshalb hast du hier keine Chance, das besser zu verkaufen. Wir gucken mal kurz bei Ebay rein, wie das Ding hier läuft. Ist gar nicht gelistet. Vielleicht eine Idee, dieses Produkt hier bei Ebay zu verkaufen. Scheint hier ganz cool zu sein und AEG ist ja auch jetzt keine unbekannte Marke. So. Und das ist tatsächlich das Prinzip, wie ich manchmal Produkte suche und als Reseller ist man hier richtig gut unterwegs. Zumal hier oftmals auch noch weitere Rabatte verfügbar sind. Das heißt 24% jetzt auf so eine Bose, auf so einen Bose-Lautsprecher. Und dann ist es so manchmal, dass ein Händler zum Beispiel auch nochmal Prozente hat, die man dann anwenden kann. Wenn man dann auf den Online-Shop geht, kann man noch weitere Rabatte bekommen. So. Und dann bist du ganz gut mit dem Preis dabei und kannst hier vielleicht tatsächlich dann später noch bessere Preise erzielen, beziehungsweise Verkaufspreise. Wir sehen hier, das Ding hat mal 229,99 Euro gekostet. Dann war es mal kurzzeitig bei 123 Euro. Jetzt hat es wieder bei 154,99 Euro angezogen. Also. Auch hier kann man dann schauen, wie gut sich der Preis hier entwickelt hat und ob es sich lohnt, manchmal hier zuzuschlagen, um es dann teurer zu verkaufen. Das sind jetzt natürlich sehr hohe Preise. Deshalb muss man vielleicht hier auf andere Kategorien umschwenken, die ein bisschen kleinere Preise anbieten. Aber da habt ihr die Möglichkeit. Hier Baby, Kind, da sind zum Teil sehr gute Sachen. Garten, Haus, Garten, das sind jetzt sehr, sehr gute Kategorien, die jetzt sehr gut laufen werden im Sommer. Deshalb würde ich da auf jeden Fall reinschauen. Und natürlich alles, was Freizeit und so angeht, was jetzt für den Sommer definitiv auch interessant sein wird. Schaut euch das an, stöbert da ein bisschen rum. Ihr werdet definitiv coole Deals finden. Habt ihr Fragen dazu, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe da drauf ein, so schnell ich kann. Und freue mich, wenn du diesen Kanal abonnierst. Drücke auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr zu Preis- bzw. Produktrecherchen-Videos, die ich jeden Mittwoch hier rausbringe. Und das soll euch Ideen bringen, wie ihr an die Produktsuche rangeht bzw. als Reseller richtig coole Deals findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch eine erfolgreiche Woche und viel Erfolg beim Verkaufen. Ciao.